Jo, hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Easy World. Es ist jetzt 0 Uhr 12. Und das sounds laut. Okay, auf jeden Fall. Nix auf jeden Fall. Okay. Äh, ja, wir waren ja gestern schon hier an dieser Stelle. Ja. Was ist denn nett? Oh, bin ich gut! Nein! Okay, ich bin es doch nicht. Ich werde mal dafür, dass wir... Ich würde mal sagen, Epic Fail. Ja, ich würde mal sagen, Epic Fail. Okay, okay. Okay, einmal kurz Zeitlupe. Ja, das war super. Okay, hier würde ich die Zeitlupe machen. Nein, da kann man bestimmt einfach schon voll komplett durchschwimmen. Ja, klar. Sei halt kein Arsch! Ja, klar! Oh, Junge! Mh, komm mal klar mit einem beschissenen Leben. Ja. Ja, komm. Ich will nicht so auf Schäfen. Okay, da unten ist es... Junge! Dir wurde wohl in ins Gehirn geschissen! Ich hab... Was sind jetzt schon... 2 Minuten 30 von diesem Video. Ich hab... Ja, okay. Ich hab schon zwei Minuten 30 von diesem Video. Mir fällt auf, ich hab fast gar nicht gesagt. Ähm. Hallo. Okay. Oh man. Mich hat gerade etwas gejuckt. Ja. Okay. Wie wär's, wenn du kleines, hässliches Scheißkind da deinen fetten, hässlichen, dicken Arsch bewegst. Äh. Mich weil natürlich deinen fetten, riesigen, roten, italienischen Arsch. Und da rüber. RÜBER. Ich hab Angst zu safen. Ich hab's ziemlich schnell wieder zurückgehaut. Okay, jetzt, 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 jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Komm. Go. Go. Komm schon. Ich hab's auch. Okay, hier kann er wieder glitschen. Okay, dann nimm doch nichts. Ey, Steven, ich sag dir, wenn man hier wieder irgendwo rausglitscht oder so, irgend so ne Scheiß passiert, dann, dann, lieb ich dich nicht mehr. Ey, du bist so ein Arschloch. Komm, komm, du kleines Arschkind. Komm, sei kein Arsch. Sei kein Arsch. Oh, ich glaub, dir geht's wohl nicht mehr so ganz gut. Oh, ich hab immer zu viel. Oh. Upsala. Äh. Äh. Mario. 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 Ich hab's. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay. 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 Oh, bin ich geil. Okay, lass mal jetzt hier mitmachen. Und ihr euch das Gefühl, man braucht den Peace Witch nicht. Nein, man braucht ihn natürlich. So eine Idee, wird Steven gar nicht kommen. Ja, Junge. Nimm ihn halt oder was weiß ich, was du damit machen sollst. Tret halt drauf oder Such dir Freunde oder Oh, du scheiß Hetzel. Bestimmt, hab ich keine Zeit mehr. Ah, okay. Ich glaub, ich weiß jetzt, was damit gemacht werden muss. Ha. Na, genau. Ähm, ja. Sei halt kein Arschloch. Ja, klar. Wie wär's damit? Hallo? Boah, bin ich gut. Ja, klar. Ich weiß nur, warum ich dich so liebe, Steven. Nein, ich werde keine Zeitlupe benutzen. Ich kann das auch so schaffen. Bei Zeitlupe wird es so einfach, ne? Warum schreibst du mich jetzt an? Ich hab doch gesagt, ich mach' ein Video. Du scheiß Mario-Fie. Okay. Nein, 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 nein. Übertreib halt deine Lage, Junge. Deine Muttermutter ist. Bewegt deinen kleinen italienischen Arsch da rüber. Du hässliches Mistkind. Ja, das ist doch eine Scheiße. Oh, mein Gott. Dass ich hier so abfile. Das ist echt übel. Na klar. Jetzt hatte ich's schon mal. Jetzt. Jetzt hatte ich's schon. Jetzt. Oh, komm, schon, sei kein Arschloch. Nee. Fail. Oh, dieses scheiß Headset. Komm, ich hab' noch eine Minute 10. Ich muss das jetzt genau schaffen. Ähm. Genau. Uh. Aber. Ich möchte ihn ganz hoch. Nein. Aber wenigstens 22, ja? Okay. Ab jetzt muss ich sagen, spiel' ich komplett blind. Das Level davor kannte ich eben noch so in den Videos. Ab jetzt ist es komplett blind. Na. Ich hab zwar schon mal seine Map gesehen von diesem Level, also ein bisschen was davon. Aber. Ich weiß eben, dass es scheiße ist. Ja klar, ja klar, sei halt so ein Arschloch. Ey, das ist so eine easy Stelle, ja? Okay, wir sind jetzt schon langsam über der Zeit. Naja, okay. Ähm. Ähm. Junge, ich will wenigstens dort das hier schaffen. Das muss ich noch schaffen. Oh, fick dich doch, Mann. Das ist so eine scheiß einfache Stelle. Ey. Ich weiß nicht, wieso ich das so abkacke. Okay, okay. Wir machen dann, ist das Stelle Schluss. Und wir sehen uns dann beim Müsstern wieder. Jo. Also, ciao, ne? Oder so. Oder irgendwie, ne? Ja, hab ich auch nicht vergessen, ne? Ja, egal. Tschüss. Ja, tschüss. Vielen Dank.